Der Brexit zeigt nicht nur Zerrissenheit im britischen Kabinett. Bei diesem Thema sind auch der deutsche Innenminister und die Kanzlerin nicht auf einer Linie. Zunächst war vergangene Woche bekannt geworden, dass Seehofer in einem Brief an die EU-Kommission Flexibilität bei den Brexit-Verhandlungen gefordert hatte. Daraufhin hat sich einem Bericht der Süddeutschen zufolge die Bundesregierung in einem Schreiben an die EU-Kommission von Innenminister Seehofer distanziert. Die deutsche EU-Vertretung in Brüssel macht deutlich, dass Seehofer in dieser Frage ohne Rückendeckung aus Berlin agiert hat. In einem Brief an die EU-Vertretung heißt es sinngemäß, Seehofers Vorgehen sei nicht abgestimmt mit der Position der Bundesregierung. Und das darf wohl als öffentlicher Rüffel verstanden werden. Die Vorgeschichte dazu ist der Brief, den Horst Seehofer an die EU-Kommission geschrieben hat. Darin hat er die, Zitat, uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit mit Großbritannien auch nach dem EU-Austritt gefordert. Da geht es also um die Frage, ob das Land weiter Zugang zu den EU-Datenbanken wie zum Beispiel dem Schengen-Informationsregister haben soll. Nun ist es aber absolut unüblich, dass sich ein deutscher Innenminister in EU-Angelegenheiten einmischt, zumal die EU alles versucht, um gegenüber London möglichst geschlossen aufzutreten. In der Regierungspressekonferenz, die gerade noch läuft, wird jetzt versucht, die Sache zu deeskalieren. Aber wer dachte, es würde ruhiger werden um die Personalie Seehofer, der sieht sich getäuscht. Die Grünen werfen dem Innenminister heute vor, Europa spalten zu wollen. Und aus der SPD heißt es, dieser neue Vorgang zeige, dass Seehofer in seinem Amt überfordert sei. Vielen Dank für diese Information. Christiane Hübscher in Berlin. Vielen Dank für's Zuschauen.